So, wir gucken uns mal die Wahrheit über Peso. Gucken wir uns das, was wir holen. Ich begrüße euch mal zu einem neuen Video. Und heute reden wir nicht über Justin als Person oder über seine kurze Rap-Karriere. Sondern über den Baby Peso. Für die Leute, die sich nicht das ganze Video anschauen möchten, sage ich jetzt, was das Problem ist. Peso ist die neue Generation Fast Fashion. Und ich werde jetzt detailliert erklären, weshalb Peso die neue Wave von Fast Fashion ist und was das Problem genau ist. Wir alle haben vor einem Jahr das Video von Valente gesehen, welches echt nicht professionell gemacht wurde. Oh shit, die Reaction hat eine Million Aufrufe, Chi-Chi an der Stelle. Trotzdem ein Vorreiter von diesem Video war. Und auch Grüße gehen raus an dieser Stelle an Valente. Dieses Video wird aufzeigen, was das wahre Gesicht von Peso ist. Aber dafür müssen wir ganz an anfangen. Und das war 2016. 2016 war echt eine schöne Zeit. Kanye Westfam. Digga, was ist das bitte für ein Video? Also wenn das sein Gesicht ist, dann check ich es einfach nicht. Was ist los bei ihm? Seine damals revolutionäre Jesus an der Spitze der Sneakerwelt. Vetements war damals so die heiße Brand. Und damals war Peso noch nicht Peso. Digga, was ist das? Peso Gang. Ja, genau. Peso Gang. Ihr müsst verstehen, Justin war zu dieser Zeit frisch ein Mode-Youtuber. Er hatte eine Bankausbildung. Ja, zu der Zeit war der wohl noch eher Pixel-Wolf, oder? Leute, einzigen Chat, wer hat früher Pixel-Wolf geschaut? Seid bitte ehrlich, ja? Ihr müsst euch nicht schämen, Pixel-Wolf geschaut zu haben. Also da ich in Minecraft nie irgendwas am Hut hatte, habe ich nie irgendwas mit Gaming zu tun gehabt. Aber ist gar keine Schande. Ihr könnt ruhig reinschreiben, wenn ihr großer Pixel-Wolf-Fan wart. Ja, Pixel-Wolf, das war eine Legende. Der hatte damals hunderttausende Abonnenten durch Minecraft bekommen. ...bildung und war bekannt für seine Minecraft-Badwars und nicht für seinen Master of Arts von einer renommierten Kunstschule. Daher war die erste Kollektion aus heutiger Sicht halt wirklich ein Meme. Aber damals war es recht aktuell. Das beliebteste Piece aus der ersten Season war damals der Hoodie mit der Rose. 2016 waren Rosen und allgemein Blumen richtig im Hype, da Alessandro Michele Migucci das damals crazy beliebt gemacht hat. Da dachte sich, Herr Fuchs, komm, machen wir einfach eine Rose in die Masse rein. Und das war nicht kreativ genug. Da muss noch was nehmen. Müsst ihr euch mal überlegen. Das Ding kostet dann 50 Euro mehr, weil da einfach eine Rose auf dem Pullover ist. Wild. Nehmen wir doch einfach das, was zur Zeit die beliebteste Brand benutzt. Wettemann war zu dieser Zeit wirklich abnormal im Hype. Demna war auch sehr kreativ und man kann es mit nichts vergleichen. Eines ihrer Markezeichen war ihr kleines, aber markantes Stitching bei den Kapuzen. Also bei den Hoodies zumindest. Welches immer aufzeigte, aus welches sie ein Stück war. Peso Gang lachte einfach, komm, machen wir das gleiche. Und leider hat der heute renommierte Designer Justin die Videos zur ersten Season und allgemein aus der Peso-Seite gelöscht. Aber man sieht da ganz gut, dass es... Ja, Anton Heifer, Season 1, 2016. Finde ich, ja. Aber das ist 2017, das ist ja das 2016. Stitching wirklich, eins zu eins ist das gleiche, aber einfach... Ja, aber das ist doch 2017, das ist doch 2016. Komme ich jetzt gerade durcheinander oder... Also vom Datum macht das doch gerade gar keinen Sinn. Einfach anstatt Wettemann war es Peso. Gehen wir nun aber weiter zu Season 4, weil die anderen Seasonen waren sehr plain oder halt wieder mit Rosen. Damit ihr mich aber besser versteht, muss ich euch wieder die Zeit erklären. Justin konnte sich mit seinen vorherigen Seasonen schon mal die ersten Erfolge einsacken und seine Zielgruppe war damit definiert. 2017 war die Zeit von Iconcaps und Easy Zebras. Junge, also wer so rumläuft, ja, und das sehe ich des Öfteren, dass Menschen so rumlaufen. Also verkauf dich bitte noch mehr als so ein Straßenschild, weißt du? Also das sieht ganz schwierig aus. Als hätte man dir gerade mit Tape komplett alles weggeklebt. Junge, was ist das? Das sieht aus, als würde der gleich aufs Fußballfeld gehen und eine Runde Fußball spielen. Zumindest hier, schön Stutzen angezogen, weil es kalt ist, noch eine Hose drunter geht's abwild. Also das sieht echt stabil aus. Das hier sieht eher aus wie, also es könnte auch kein Justin sein, sondern eher so ein richtiger Ronny. Also ich finde es sieht aus wie ein Ronny, ja, der gerade aus Sachsen kommt und gerade eben bei Mitten im Leben die Hauptrolle hatte. Also so ungefähr sieht es aus, ja, also mich wunderte nichts mehr. In den USA gab es dazu mal einen Designer, der noch relativ underground war. Aber die Leute, die sich für die Mode interessieren, haben seinen Namen schon damals gehört. Ich meine damit Ruiji Villasenior, den Chefdesigner und Gründer von Root. Und Leute, versteht mich nicht falsch, ich will da nicht Valente zitieren, aber ich muss einfach Root erwähnen. Es ist de facto, dass Justin 2017, 2018 Root schon kannte. Er besaß auch einige Pieces. Am 29. November 2017 kam der Trailer von der Season 4 raus. Und in dieser Season wurde Sam mit dem Malmögel gespielt. Root, eine bis dato noch relativ unbekannte Brand, releasste ein Jahr zuvor ihr Marlboro Inspired Shirt. Und ich verstehe, wenn man sagt, dass sich ihr beide schon an einem exteren Logo inspirierten. Aber die Frage ist immer, wer war zuerst? Root war zu diesem Zeitpunkt die Einzige auf dem Markt, die solche Designs rausbrachten. Danach kann Peter... Ja, aber dass es so einfach geht, dass die einfach so dieses Zeichen nehmen können von Marlboro. Also als ob man einfach so eine eigene Marke machen kann mit einem Logo, sage ich mal, was eine andere Marke eigentlich besitzt. Also als hätten die kein Patent auf dieses Logo. Wisst ihr, das sollte eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal sein. Sehr schwierig. Ist Marlboro selbst schuld, wenn sie es nicht schützen? Ja, wenn sie es wirklich nicht schützen, sind die relativ lost. Aber haben natürlich die anderen Glück, können sie sich dann bedienen. Das gleiche Szenario hatten wir auch in der Season 5. Am 13. Kein Wunder, dass du uncool bist. Scheiße, ich muss demnächst in solchen Adidas Sachen rumlaufen. Ja, du hast recht. Das ist auch dumm von mir. Bin ich auch einfach extrem lost. April 2018 kam die Season raus. Und das Herzstück der Kollektion war der Hoodie mit dem langen Drawstring und dem großen P auf der Brust. Am 11. Das ist eigentlich auch so unkreativ. Da ist einmal ein P auf der Brust. Ich verstehe. Also, ich habe Real Talk dafür, dass so viele sagen, ja, P so heftig und so. Ich habe noch keinen gesehen, der mit P so Klamotten rumgelaufen ist. Wirklich? Ich habe noch keinen gesehen, der mit P so Klamotten rumgelaufen ist. Aber jeder sagt, wie krass das ist. Oder postet das eine Story, wie sie sich gerade irgendwas von P so geholt haben. Aber ich habe noch nie jemanden gesehen mit P so. Was ist denn das? Wer kauft sich denn ein Pullover, wo ein P draufsteht? Ich sage mal, wenn du Paul heißt oder so, da steht ein P drauf. Kannst du nur sagen, alter, das P steht für Paul. Geiles Ding. Das haben sich doch locker nur Pauls geholt oder so. Wer kauft sich ein Shirt, wo Streamer draufsteht? Toni, das war ein Geschenk von meiner Freundin. Schäm dich. Die Supreme T-Shirts kosten noch 50 Euro. Der Release-Wert ist nur so teuer. Ja gut, dann habe ich geguckt, wo es beim Release ist. 50 Euro nur. Ey, Kolemi, ohne Scheiß. Ist Kolemi noch da? Kolemi, ich küsse deinen Drecksnacken, Alter. Dein Ölauge küsse ich, ja. Du hast mir ein Supreme T-Shirt gespendet. Geiler Junge, ja. Leute, mal bitte, mal bitte eine grüne Karte in den Chat. Ich kann mir heute einen Supreme T-Shirt oder einen Supreme T-Shirt kaufen. ... am Season 6 raus. Und da finde ich es schon frech. Es gibt eine Brand aus Schweden, die wirklich History und Image hat. 2017 gab es einen Hype um ihre Crewnecks und T-Shirts. Welche den Namen beim Kragen hatte. Also ich rede von Agnes Studios. Wirklich jeder hat ein solches Piece. Mich inklusive. Und Justin in dem Fall hat er selber auch ein Piece. In der Season 6 kam ein Crewnecks, der wirklich 1 zu 1 den Crewnecks ähnelte. Und ich weiß, dass viele Brands gingen diese Wave mit. Aber trotzdem finde ich es keine Ausrede, auf andere zu zeigen. Am 30. März... Oh, la, 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 jetzt geht's los, ja. Oh, la, 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 ja, ja, fresh, fresh. Kostet auch 10.000 Euro gefühlt. 2019 kam ein Trailer von der Borderline Collection raus, welches ein bisschen diesen Vintage-Vibe catchen wollte. Ich werde nicht wie Valente auf den Pulli eingehen, welcher sehr dem Root-Hoodie ähnelte. Ohne Frage. Ich möchte auf einen anderen Punkt eingehen. Ihr kennt ja alle die Metall-Patches, die bei den Produkten von Peso dabei sind. Justin ist ja sehr stolz auf diese Innovation und die wurden fast wie ein... Ey, das sieht gut aus. Ohne Schein. Also das finde ich sehr professionell und cool gemacht. ...Markenzeichen von Peso, seit der Borderline Collection dabei waren. Am 29. Januar postet George Heaton, der Gründer von Represent, auf seinem privaten Instagram-Account ein Bild von Samples, welche auch zum ersten Mal die Metall-Patches dabei hatten. Es ist schon crazy, wenn man überlegt, dass eines der Markenzeichen von Peso einfach kopiert wurde. Wie die meisten von euch wissen, ist Virgil Abloh im Moment Designer bei LV und seine erste Kollektion gilt heute noch iconic. Am 21. Juni 2008... Digga, dass manche Menschen echt so viel Ahnung haben von diesem ganzen Zeug. Digga, heilige Makrele. Das ist wirklich krass. Ich habe wirklich... Ich habe keine Ahnung von irgendwas. Für mich sind krasse Marken Nike und Adidas. Das sind auch die einzigen Marken, die ich kenne. Ja. Ne, habe ich wirklich absolut null Ahnung und ich finde das absolut bewundernswert, dass es Menschen gibt, die sich da so auskennen. Mit was für einer Season damals das rauskam und wie der Typ hieß, der das erfunden hat und wo das war, welches Datum das war, hier 2018, da sind die so auf dem Catwalk rumgelaufen. Krass. Dann präsentiert er sie in Paris und das most iconic piece aus... Juni, aber was? Was ist denn mit den Leuten... Haben die alle kein Leben oder so? Ich frage mich, wer dorthin geht. Was ist denn mit den Leuten? Die gehen dorthin, alle haben Handy in ihrer Hand und fotografieren das. Was ist bei den Leuten? Oder haben die keine Hobbys oder wie? Diese Collection war der Prism Keeper, welcher Player Bacardi als Model präsentierte. Diese Tasche war crazy im Hals und jeder wollte sie haben. Am 25. September 2008... Crazy. Jeder wollte sie haben. Ich hoffe, jeder wollte auch so einen Müllbeutel um seinen Hals. Digga, wer kauft sich denn sowas? Jeder wollte sie haben. Digga, also das ist ja völlig... Also völlig krank. Jeder wollte auch die Tasche haben. Da siehst du doch aus wie der größte Vollidiot, wenn du die hast. Du kannst ja zu nichts kombinieren. Kombinier mal diese Tasche zum Outfit. Das geht ja gar nicht. Da kannst du ja nur so einen Müllbeutel anziehen. Hier so ein Regencape. Oder eine Hose, die aussieht wie Backsteine. Was ist da los? Also jetzt verstehe ich gerade gar nichts mehr. Diese Tasche war crazy im Hals und jeder wolle sie haben. 4770 Dollar. Die haben eine absolute Macke. Also das ist völlig... Also wirklich, das ist ja völlig bescheuert. Ich weiß, für was mein nächstes Spendenziel drauf geht. Für eine Louis Vuitton Keeper Banouillet Monogram 50 Prism in PVP. CVC with Clear Tasche. Junge, das ist einfach eine Tasche. Eine hässliche Tasche für 4.700 Dollar. Ich komme nicht drauf klar. Leute, ohne Scheiß. Bewertet bitte. Seid jetzt mal ganz ehrlich. Von 1 bis 10. Wie krass findet ihr die Jacke? Äh, die Jacke ist eigentlich die Tasche. Am 17. September 2019 präsentierte Designer Justin seine neue Kollektion. Oh, ich sehe hier hinten schon die Tasche. Wenn das die sein soll. Jetzt bin ich ja gespannt. In dieser Kollektion war eine Tasche dabei. Welche wirklich ein Baby der Elvitasche hätte sein können. Aber eben, nur Inspiration. 2020 war echt ein wildes Jahr für uns alle. In der Modewelt haben Brands aus Japan wieder angefangen Wellen zu schlagen. Und mit dabei die Brand Human Made. Die Brand, welche von Nego, dem Babygründer, und Pharrell Williams gegründet wurde, hatte eine gute Zeit. Vor allem ihre Kollaps mit Adidas und Girls Don't Cry kamen sehr gut an. Der Superstar, by the way, immer noch der Most Underrated Sneaker 2020 für mich. Die lässige Schrift, welche Human Made benutzt, war in 2019 sowie 2020 sehr angesagt. Am 21. März 2020 hat Justin uns die neue Kollektion Basic Instinct präsentiert. Wie Valente uns schon aufgezeigt hat, war die Hose mit den roten Streifen in den 1 zu 1 von mir kopiert. Die Hose in diesem Fall interessiert mich gar nicht so groß. Es geht mir mehr um die Schrift, welche Human Made so ähnlich ist. Ja gut, man muss wirklich sagen, die Inspiration lässt sich nicht abstreiten. Wenn man die ganzen Sachen jetzt gerade betrachtet, also die Inspiration kann man nicht abstreiten. Dass hier sehr, sehr viel gleich gemacht wurde. Vor allem auch die gleiche Schrift. Also gut, das ist wirklich, also wenigstens bei der Schrift was eigenes zu machen, wäre vielleicht noch fresh gewesen. Man wollte unbedingt diese Wave catchen. Aber gehen wir weiter. Spalled Youth hat ein Piece, das mich schon beim Release krass an ein Piece erinnert hat, das so mies im Hype war. Ich rede von der You Must Be Born Again Hoodie, von der Brand Cactus Plant Flea. You Must Be Born Again, warte mal ganz kurz, das ist ja genau der gleiche, oder? Das ist ja genau der gleiche, also das ist eine Kulpe, das ist nicht von Justin. Ich dachte, das ist hier gerade von Justin. Market, unlogisch, ist es nicht 1 zu 1. Ah ne, das hier ist das von Justin, okay. Das ist der gleiche Pulli, aber man spürt schon sehr, sehr fest die Inspiration dabei. Und wisst ihr, jeder kann sagen, man kann das Rad nicht neu erfinden. Und in der Modewelt ist es wirklich erst recht schwer. Aber das waren jetzt ein paar Beispiele. Was ich vor allem damit sagen möchte, ist, dass man nicht immer inspirieren soll von anderen Brands oder Trends. Als Beispiel gebe ich jemandem, der wirklich einen Namen hat in der Modewelt. Raph Simmons ist schon ein Urgestein in der Fashionwelt und hat Piece rausgebracht, die noch in 50 Jahren relevant sein werden. Wie schon erwähnt, inspiriert sich Justin immer an Trends oder an anderen Brands. Raph Simmons inspiriert sich an geschichtlichen Ereignissen oder Kleidungen aus anderen Zeiten. Zum Beispiel der auch sehr bekannte New York Knit Sweater aus Fall Winter 2017. Der Schnitt und die Qualität ist sehr einzigartig, aber ich möchte mehr auf das Motiv nicht... Das sieht unfassbar scheiße aus. Dass es Menschen gibt, die sich das wirklich holen. Ich kenne halt auch niemanden, der sich das holt, aber es sieht auf jeden Fall scheiße aus. Beziehen. Die Inspiration von Raph war das legendäre I Love New York T-Shirt, das schon wirklich jeder mal gesehen hat. Aber anstatt einfach das Motiv zu nehmen und Raph Simmons drauf zu klatschen, hat er das so umgewandelt, dass es ein ganz einzigartiges Piece wurde. Und es ist nicht vergleichbar. Das, meine Freunde, ist Mode und sogar würdig als Kunst bezeichnet zu werden. Das ist aber nur eins von vielen Beispielen, wie sich Künstler inspirieren und weiterentwickeln. Weil ein Marte Margiela oder eine Rei Kawakubo haben ihre eigene Eingehensweisen. Justin auf der anderen Seite inspiriert sich wirklich zum größten Teil nur von anderen Brands und dann werden seine Produkte noch gef... Wo ist denn das bitte jetzt hier eine gleiche Sache? Das ist ein normaler Käppi, oder wie? Das ist ja noch nicht mal ansatzweise das gleiche, oder? Gut, weil hier auch diese Schrift vielleicht so abgekackt ist, aber das ist doch fast... Das ist doch nicht das gleiche. Das sieht doch nicht mal ansatzweise so aus. Wollen wir es mal nicht übertreiben? Der Schnitt. Ja, aber das hier sieht auch anders aus als hier. Das ist bloß hier dieser Knüppel, was normal ist. Das wäre Rick Owens, sein Vater. Das, was Justin betreibt, ist in meinen Augen modern Fast Fashion. Fast Fashion ist in der Definition viele Kollektionen, welche von großen Designern limitiert werden, in geringer Qualität und für einen günstigen Preis. Fast Fashion hat eine Zeit, in der es sehr gut ging, aber in den letzten Jahren haben immer mehr Menschen angefangen, darauf zu achten, was sie kaufen. Und vor allem auf die Qualität und die Bedingungen, in der sie produziert werden. Justin betreibt in meinen Augen modern Fast Fashion, weil seine Designs sind oft sehr stark inspiriert oder fast schon kopiert und folgen immer den neuesten Trends. Die Preise sind schon eher hoch und die Qualität aber sehr gut. Aber Freunde, ich möchte nicht auf die Qualität eingehen, weil die wirklich gut ist, aber das hat keinen Einfluss auf die Imitation. Überlegt euch mal selbst. Würdet ihr die Art und Peso Kleider tragen? Peso hat kein einziges Kleidungsstück, das auf irgendeine Weise ikonisch ist. Jedes Kleidungsstück ist eine Zeit lang angesagt, bei einer bestimmten Zielgruppe und danach möchte sie nie jemand mehr. Bei richtigen Designer Pieces sind die Kleidungsstücke nach einer Zeit lang sogar noch begehrter als beim Release. Was mich und viele andere halt aufregt ist, dass Justin am Schluss dasteht, als wäre der Modesigner aus Deutschland. So ist der einzig wahre. Ich sag jetzt ehrlich, no cap, es gibt nur schon auf YouTube Deutschland bessere Brands als Peso. Ich kann als Beispiel Brands nehmen, die auch schon einen Namen haben. ADR, No Face Studios oder schon ein MAM. Ich möchte nicht sagen, dass MAM oder ADR irgendwelche crazy Paris Runway Brands sind. Aber Maximilian und Patrick geben sich im Gegensatz zu Justin wirklich Mühe, etwas einzigartiges auf die Beine zu stellen und nicht einfach Brands und Trends zu kopieren. Vor allem MAM, welcher am Anfang wirklich Schmutz war, ist es auch an einen Punkt angekommen, wo man wirklich sagen muss, dass es in eine richtige Richtung geht und das authentisch wirkt. Wisst ihr noch früher, als Justin günstige Fashion Alternativen Videos gemacht hat? Peso ist so Next Level günstige Alternativen nur von Fashion Brands, weil anstatt 350 Euro auszugeben für den CPFM Hoodie, kann man sich einfach den Peso Hoodie für 100 Euro ziehen. Ich möchte nicht, dass jemand denkt, ich gönne Justin seinen Erfolg nicht, weil das stimmt nicht. Was ich nicht fair finde, ist, dass jemand, der sich nur von anderen Trends inspirieren und lässt, so dasteht, als wäre die Wiedergeburt von Karl Lagerfeld. Weil schlussendlich, wenn die Zielgruppe von Justin mit dem Produkt glücklich ist, ist es alles schön und gut. Ich möchte aber, dass die Leute, die sich nicht so mit der Materie befassen, trotzdem hauen. Ich finde das krass, also ich muss jetzt erstmal sagen, das war schon immer so, ich habe nie verstanden, wie Leute so viel Geld für Kleidungsstücke ausgeben können. Also erstmal liegt einfach daran, dass ich ein zu sparsamer Mensch bin, um das machen zu können und ich das Geld sehe, was man dafür verdienen muss, um erstmal sich sowas leisten zu können. Und dann sind meistens, finde ich, diese Designermode, das ist so unfassbar hässlich teilweise. Also ganz viel davon ist sehr, sehr hässlich. Also nur mal so, ich finde, Gucci ist so hässlich, Versace ist so hässlich. Off-White gibt es einige Sachen, wo ich sage, okay, würde ich mitgehen, aber gibt es auch viele, die einfach so, sieht aus wie von Kleinkindern getragen. Also es gibt so viele hässliche Sachen, das tut einfach extrem weh. Ich weiß nicht, also natürlich, man will damit auffallen, aber das sieht einfach nicht geil aus. Das ist gar nicht mein Geschmack. Gut, bei Peso ist es dann eher so das Schlichte, das Seriöse, wo ich sagen würde, okay, das könnte man sich vielleicht noch anziehen. Keine Ahnung, ich habe bei ihm noch nie irgendwas angeguckt weiter von Sachen. Man muss hier sagen, er kreiert halt jetzt nicht wirklich was Eigenes. Gerade er lässt sich viel inspirieren. Ich meine, wenn er das ja selber sagt, ist das ja in Ordnung. Da geht er ja auch offen mit um. Er lässt sich da selber inspirieren. Aber der wird somit halt nie einzigartig damit sein. Der kann sich da nicht von der Masse her, oder kann da nicht wirklich zu 100% von der Masse herausstechen von den ganzen Designern, wenn er sich fast nur inspirieren lässt. Aber ich glaube, ich finde, es ist auch einfach extrem schwierig, was komplett Eigenes zu schaffen. Ich glaube, jeder guckt bei jedem irgendwie mal ab. Was ganz Eigenes zu erfinden, ist sehr, sehr schwierig. So und eine. Und how jealous we could be. Und how jealous we could be.